Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Fawn Arnold Reacts. Vielen Dank erstmal für alle die zahlreichen Videos, die mir per E-Mail gesendet worden sind. Ich habe aber Katrin ausgesucht heute und sie singt ihre Version von Adele's Make You Feel My Love. Wenn du ein Video für mich hast und du möchtest, dass ich deine Version von einem Lied anhöre, dann schicke es mir einfach per E-Mail von.arnold at singen-ohne-angst.de. Ich freue mich so sehr auf die verschiedenen Versionen von die ganz tollen Lieder, die ich von euch bekomme. Bevor es losgeht, ich bitte um eure Unterstützung und zwar mit einem Like oder einem Abo. Das ist für uns Creators sehr, sehr wichtig und der Grund, warum wir überhaupt auf YouTube hier weitermachen können. So, ich bedanke mich dafür im Voraus und jetzt geht es los mit Katrin und Adele's Make You Feel My Love. Viel Spaß! Geht los! Okay, so erstmal finde ich das großartig. Wie emotional du bist. Für viele Leute wirkt das vielleicht zu übertrieben. Aber wenn du denkst, dass du auf einer großen Bühne das singst, dann ist das genau richtig. Weil dann erreichst du die Leute, die ganz weit hinten sitzen oder weit weg sind. Oder wenn es eine große Bühne ist, dann kann man diese Emotion regelrecht spüren. 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 When the evening shadows and the stars are me. And there is no one there to try your tears. I could hold you for a million years. Okay, ich finde es auch großartig, wie treu du bist zu deiner Sprechstimme. Du singst nicht. Du verleihst dem Lied genau deiner Stimme, genau wie es klingt in dem Augenblick. Und du vertraust einfach 100% drauf, dass die Gesangstechnik ist da. I know you haven't made your mind of yet. But I will never do you wrong. I've known it from the moment that we met. Now not in my mind where you belong. Okay, sehr gut. Okay, hier was ich merke bei dir ist an die hohen Töne bist du ein klein bisschen zu nasal. Es kann sein, dass du ein bisschen Angst hast, zu kopfig zu singen, zu klassisch zu singen. Ich finde deine Stimmsitz sehr gut. Du drückst die Bruststimme nicht hoch, was oft Adele leider macht. Und das finde ich sehr gesund. Ich werde dir am Ende dieses Videos eine Übung geben, damit du nicht so nasal klingst. Ich habe ein paar Ideen für dich. Okay. Sehr gut hier auch, dass du drin bleibst. Du bleibst total drin in deine Emotionen, betrinkst dich. Da bin ich großartig. Großartig und toll, dass du den Mut dazu hattest, diese kleine Geschichte so auszudenken. Du hast hier versucht, eine kleine Riff hinzubekommen. Ich habe das Gefühl, du musst bei solchen Riffs, besonders in so ein Lied, es muss die Emotion unterstützen. Ich werde dir auch am Ende von diesem Video einen kleinen Riff-Tipp geben, die dir hilft, diesen Riff ein bisschen sauberer hinzubekommen, ein bisschen schöner hinzubekommen und mehr passend zu der Emotion des Liedes. Okay, machen wir weiter. Ja. Ja. Super. 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 Und kannst du dann halt vielleicht ein bisschen von diesem Power mit reinnehmen in der letzte Strophe, sodass es eine größere Ending hat. Und bei der aller allerletzte, make you feel my love, würde ich einfach das so sprechen, ohne dass du irgendeinen Riff oder irgendwas da dranhängst. Okay, ich werde jetzt am Klavier gehen und dir jetzt ein paar Tipps geben für die Stellen, was ich glaube, du noch besser machen kannst. Die erste Stelle, die ein bisschen lauter ist, war mir ein bisschen zu nasal. Hör nochmal. I know you haven't made your mind up yet. Ja. I know you haven't made your mind up yet. Schaue, was du mit deinem Mund machst. Ich bin der Meinung, wenn du deinen Mund zwei Finger weit auf hast, dann wird dieses nach vorne platzierte Ton ein bisschen mehr Raum haben und du wirst gar nicht mehr so nasal klingen. I know you haven't made your mind up yet. Hast du gesehen, wie groß mein Mund ist im Vergleich mit dir? Schau nochmal. I know you haven't made your mind up yet. Ja. But I've never told you wrong. Schau jetzt in diese nächste. I've known it from the moment that we met. Okay, so da hast du ein bisschen mehr aufgemacht, aber du hast dann deinen Ton nach hinten verloren und das ist, weil deine Zunge zu niedrig war. Ja. I've known it from the moment that we met. Ja. Ganz trocken gesungen, damit du meine Zunge sehen kannst. Ja. So das erste, hast du ein bisschen durch die Zähne gesungen. I know you haven't made your mind up yet. Und dann klang es nasal. Das kannst du aufmachen. Und den zweiten hast du aufmacht. I've known it. Aber deine Zunge war hinten. I've known it. Und dann hast du ein bisschen deinen poppigeren, moderneren Klang ein bisschen verloren. Ja. So. Hier brauchst du, was ich nenne, die I-Zunge. Das heißt, dein Mund ist zwei Finger weit auf. Aber deine Zunge hinten macht ein I. Und das ist deine Übung für dich. E-E-E-E-E-E-E-E. E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E. Ja. Dann mach es mit den Augen zu, um richtig zu spüren, wie die Zunge hinten ist. E-E-E-E-E-E-E-E-E-E. Und ein O, ja, und ein U, ja, so ich kann dieses I-Zunge behalten, egal was für eine Vokal ich habe. Und das drückt ein bisschen die Klang nach vorne, statt es nach hinten gehen zu lassen in dieses nicht so moderneren Sound, ja. So, dann kannst du mit dieses I-Zunge die Melodie singen. Yeah, und dann versuche es auf Text. I know you haven't made your mind up yet, and I will never do you wrong. I've known it from the moment that we met Und so machst du das und wiederholst du das, bis es koordiniert ist und bis deine Zunge macht, was du machen willst. Okay, die zweite Stelle war hier am Ende, wo du ein bisschen einen Riff gemacht hast. Ja, genau, du hast Regret gemacht. Ja, und den Riff an sich finde ich sehr gut von der Melodie. Ja, könnte gut funktionieren, aber was mir auffällt, ist, dass du so eine Art Haar-Luftstoß hast vor den Ton. Ja, so ich möchte, dass du die Luft nicht durch den Mund schickst, sondern durch die Nase wieder aufmachst. Und den Ton und den Luft gleichzeitig kommen lassen. Regret. Ja, eine sehr gute Übung für dieses ist, was ich nenne die Pferdaviren. Ah, ah, ah. So, ich habe ein leichtes Glottes und ich mache ein bisschen wie ein Pferd, aber mit geöffnetem Mund. Ah, ah, regret. Warum mache ich das? Es stoppt die Luft ein bisschen, sodass dieses Haar-Luft-Vorstoß nicht kommt. Und es erlaubt ein bisschen eine leichtere, lockere Bobbeln in das ganze Ton reinzubekommen. Was bedeutet, ein paar mehr riffigere Töne für Schnörkelis kommen werden. Ja. Ja, könntest du zum Beispiel. Und dann ist es nicht nur drei Töne, die du ein bisschen, ein Run gemacht hast, sondern ein paar mehr. Vielleicht hilft dir das. Und jetzt kommen wir zum Ending. Da auch. The winds of change. Ja, mach richtig auf. The winds of change are wild and free. Okay. Tolle Vokal frei. Und da würde ich das ein bisschen mehr singen, damit du übernimmst, dieses gestiegene Teil, da würde ich das mitnehmen. Ja, um the highway of regret and I don't see nothing yet. I could make you happy, make your dreams come true. Ja, statt da so gesprochen zu haben. Es verleiht einfach ein bisschen mehr Selbstbewusstsein, dass du nicht mehr so leidest, sondern du weißt ganz genau, was du willst. Ja. Kannst du ausprobieren? Ich bin begeistert, von was du mit dieses Lied gemacht hast. Du hast dieses Lied wirklich zu deiner eigene gemacht. Du hast Adele nicht kopiert. Ich spüre dich. Ich sehe dich. Und ich finde es wirklich, wirklich sehr kreativ und großartig, wie du dieses Lied gemeistert hast. Danke für dein Vertrauen. Und vielleicht, wenn du diese Änderungen gemacht hast, kannst du nochmal das Video schicken und ich präsentiere deine Änderungen jetzt nochmal hier auf YouTube. Danke und ich freue mich auf deine Fortschritte. bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020